so ich hätte jetzt auch zur auswahl nein nicht bis wir uns starten könnte ich jetzt mit der mission 28 weiter machen chronologisch oder ich gehe einfach zum bussager rüber und das mache ich jetzt denn wir sind uns alle einig das ist wohl jetzt etwas was superstation 3 ne die gibt es hier würde ich gerne ausprobieren würde ich sehr gerne ausprobieren gut natürlich zu 18 können wir benutzen weil es dir schon eine story da gibt wenn noch team gohan nicht mehr warum nicht wochen wir einfach nicht den können wir benutzen benutzen aber nicht welchen gut gut dann nehmen wir glaube ich den eremiten so gut gehen wir mal hoch nehmen wir mal wieder piccolo lange benutzt jetzt einfach nur 210 stamm sondern damit weg damit gehen wir den hier einfach kein schwank mehr verdammt aber das ist der bessere schwank sehr gut ich weiß nicht aber die späteren form noch mal nach hinein bekommt denn hier könnte so was halt schon zwei reinpassen oder dr gero oder hier dr gero und c18 aber man müsste ja nach und nach frei spielen gut wir haben noch zwei plätze jawoll die beiden habe ich vergessen was mit dem ich hasse die speziell ich hasse dich das cool gut da haben wir die beiden komplett die sind ja cool gut wir könnten hier nämlich kartensammlung warte wo war das wirksam war das genau einfach verkaufen kein nicht eingesetztes objekt kann ich nicht verkaufen ich habe ich nicht verkaufen was soll das scheiße ich habe eine kartensammlung ich kann nichts verkaufen warte wo bin ich mir sicher welche ich denn habe ich habe die hier auf jeden fall das ist ja ein scheiß ich habe immer noch diese 1080p punkte premium punkte was kann ich mit dem machen wo kann ich mir mehr hinbekommen kann ich aber nicht mancher mission starten wir alle zufrieden oh die sonne scheint aber stark nur nicht in mein fenster so scheint die gar nicht mit der karte glückstor verdammt majin bus schokoladenstrahl wird zum reparatur strahl der heilt wenn er beim eine partner schlägt gut wir haben hier nämlich da bohr abgeleitet abgeleiten abgeleitet von darunter kadabra gut wir haben die kleinen kinder jetzt hier gehört das finde ich toll ne oh famous killer sogar und was ist das denn leider hat er keinen jungen gut dann ist also der hier mein eigener mein einziger wenn aber gleich nicht an der wagen ja also wenn keine wagen ich könnte jetzt eigentlich voll reinhauen und nach hinten bäääää von dem immer von hinten ist mein ganz schön die menschen mehr als die hälfte abgezogen macht einfach höllenattacke ist der schwule oder was dankeschön das hat sich hier wieder gehalten soll er keine ja wohl dann noch mal aufs maul noch mal schön aufs maul maximale energie wo war das zumal das war das kann man her mehr end genau das war bei swan schwarzes wo er die fleck von dem telewerk haben wollte das war eines der neuen folgen wenn ich meine meinung zu den neuen folgen haben wollte was bin ich denn hier und aufs maul wo ist er jetzt mein gott ich verfehle jemand das scheiß kann ich spuckte mich doch genau das war auch der die leute zu stein verwandeln konnte der da war auch eine Szene wo er dann Piccolo ähm Krillin alles äh aus stein waren warte wer hat dir da geholfen er hat glaube ich Krillin geheult oder irgendein anderer dass er die kaputt gemacht hat ich fand die folgen noch am lustigsten wenn man ehrlich ist da sind die folge ich am lustigsten aber da gibt es sehr viel humor sehr viel so aha moment wo man denkt man so cool komm schlöp 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 er muss doch jetzt tot sein oder nicht der ist da tausend mal ich bin wieder tot oder nein doch nicht ja aufs maul da war da war glaube ich umgebracht von Babidi oder Buu also war da bereits nicht so der Knaller oder der Knüller er war nur ganz kurz da und dann war der Weg und er war nur ganz kurzer ich glaube nur zehn Folgen oder 20 Folgen Maxima natürlich so im Hintergrund auf einmal dieser Sidekick oder wie man den nennt so hm wir zeigen mal ganz langsam und ganz vorsichtig im Schatten zeigen wir mal den Spieler ja oder Pipi in Bild ah warum kriege ich nicht mehr Pipi Pipi äh ich will aber mehr Punkte jawoll 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 ja neue Karten hurra nä jawoll pfff nein gut denn ich glaube den Stoen Gohan werde ich jetzt am meisten verwenden wenn es kein Super Saiyan 2 gibt ja was ich total kacke finde ja total scheiße dann wenigstens das gut Margin ok Margin toll gut dann nehme ich mal jetzt den Son Gohan wo ist der da ist er Super Kamehameha ne ich liebe den ok den wir jetzt noch ein bisschen aufpushen der ist schon auf 620 ich glaube es hackt anpassen naja alles weg hier gut alles auf den drauf alles auf ihn alles auf ihn der hat es verdient der hat die Schnüsse gut ich glaube den werde ich euch als nächstes am meisten verwenden wenn ich mal den Eremiten Son Goku hat mir so über 3 Folgen gut das kann etwas länger dauern tut mir leid gut gut was ist denn jetzt hier äh Slot gut dann können wir nochmal ein Line rein verdammt gut was gibt es denn hier erhöht DP gewinnen verbessert Luftkampf nein nein erhöht Angriffsmittel erhöht Angriffsmittel welcher war das hier haben wir da denn nicht dann mache ich auch eine Farbanpassung was gibt es denn hier weil ich finde die das sieht irgendwie so laschig aus ok welches ist das in rot nein das sieht cool aus gut bestätigen wir dass jetzt kommt ein knalliges rot rein wenn die Farben sind bei der Xbox die so krass dargestellt ne jawohl das sieht irgendwie jetzt schwul aus aber was ist das da sind die Schuhe ne da kommt grün 5 wenn der jahr da wird so gut Richtung nutzen Ja, den Son Goku kann man noch benutzen. Dann nehme ich den. Und den nehme ich dann hier. Piccolo ist... Soll ich die beiden behalten? Drunks kann ich leider nicht mehr benutzen. Okay, wir nehmen nämlich Son Goten oder... Ah ne, das ist ja Margin Buu. Okay, dann behalte ich die mal. Ich glaube, das waren so... Alle außer der hier haben wohl gekämpft. Aber das ist schon Gohan. 1.230 Punkte einfach. Meine Gut. Das ist ja die Margin Buu-Sage. Aber wurde nicht Margin Buu? Ah, egal. Gut, Vegeta ist jetzt in Not. Und diese Not kenne ich nur zu gut. An der Stelle habe ich echt geheult. Ein Mann, der seinen Stolz weggeworfen hat, wie eine ausgequetschte Gurke, um seinen Sohn zu retten und all die Freunde. Und als dann... Natürlich immer Margin Buu-Modus. Der ist ja nur stärker geworden, weil er... ähm... die Macht halt. Er wollte halt stärker werden. Das ist aber nicht das ultimative Song von Gohan, ne? Dieser Bart, ja, dieser hessige Bart. Dieser Margin-Modus ist ja nur... in diese Lage ist ja nur gekommen, weil er Dings hatte. Was ist das denn für ein Ei? Ach so, genau. Wow. Was ist das denn passiert? Ach so. Guck mal, die beiden scheinen. Wieso wird das irgendwas? Ah, genau. Das war doch der Kampf, in dem dann, ähm... so ein Goku und Vegeta alleine gekämpft haben. So... so eine Stadt durch... äh... so, ähm... so eine Art Spaß-Fight. Ne? War das nicht so? Also, das ist... Ah, genau, genau. Gut. Okay, so ein Goku... das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Das ist auch nicht. Aber ich mag diese Dings nicht. Was ich nicht mag, ist, ähm... seine Spezialattacken, denn jeder hat sich seine eigene unter der LT und RT drückt. Und die gefallen mir aber nicht. Guck, deswegen... Der hat einfach die hier. Und... Was zum Teufel? Habt ihr das gesehen? Der ist halt... Ah, ich hab das verstanden. Und... Boah! Einfach keinen Schaden, was soll er kann? Okay, ich behalte zum Gohan. Ich behalte zum Gohan einfach. Ich behalte... Habt ihr gesehen, was er macht? Bam! Der kann einfach... Ups, 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 um... Wow! Der kann einfach den Gegner, äh... den Spieler suchen, der tot ist, und den einfach heilen gehen. Ist das ein Knüller? Ist das ein Knüller, du? Das ist doch ein Knüller, du! Und der kann sich auch noch schnell regenerieren. Mein Gott, ich behalte den. Der ist nicht nur stark wie ein Schwein. Ja gut, die Angriffe-Technik, das ist doch nicht... Ich kann mit denen noch nicht so viel machen. Okay, ich hab keine Energie. Bin gleich tot. Komm, mach doch! Ah! Mann, da kommt jetzt der Fett, oder was? Ach, genau, das ist ja... das, äh, die... wie nennt man das? Pro-de... Pro-Zidu? Wo man halt... etwa Energie gebraucht hat. Oder war das nicht so? Dieser Satz... Die enorme Kraft! Und danach, als Vegeta halt gestorben ist, der hat sich ja geopfert, und es hat gar nichts gebracht, ähm, und tot. Hat man... kam halt Vegeta in die Hülle, und das war nicht so lecker, hm? Hallo! Achso, der war gar nicht tot. Okay. Der spürt automatisch die, ähm... die Gegner auf, weil die Spieler auf, die tot sind. Und da bin ich auch tot. Höh! Dankeschön! Hallo! Danke. Jetzt macht das auch den Schwanz. Mein Gott! Mein Gott! Hallo! Ich muss... Ich muss... Mein... Trunks helfen! Deinem Sohn! Boah! Ey! Danke, Son Goku! Danke, Son Goku! Danke, Son Goku! Dann muss ich aber den... Da ist er ja! Ich hab keine Energie, ich... Ich hab einfach Energiemangel. Gibt's nicht irgendwie so eine Karte, die mir Energie verspricht? Oder ich schnell nach aufladen? Welche war das denn? War das die... War auf jeden Fall die eine blaue. Ich hab nicht mehr Luft, das gibt's doch nicht. Was macht denn... Wer ist denn das? Auf meiner Seite? Ist das so ein Gohan? Das ist so ein Gohan, genau! Genau! Also, stimmt das schon mit denen? Diese Rolleneinteilung hat eigentlich hier schon besser geklappt als bei den anderen. Ich weiß nicht genau zu diesen Kämpfen. Wie viel... Einfach nix! Und wie geht das halt tot? Ah, genau! Das war, glaube ich, die Stelle, wo sich Vegeta geopfert hat. Und selber mal schon... Gut! Gut! Bam! Ja! Gut! Aber ich bin dran! Nein! Doch! Gut! Ja, hör auf zu lachen, so ein bisschen Gohaner. Yeah! Yeah! Nochmal! Yeah! Okay. Was hilft das? Das hilft für nix! Ich glaube, das währt einfach nur ab. Ah! Das ist aber... Ich finde immer noch diese Ketten. Da gibt es so wenig Ketten. Oder Kombos, genau. Die in der Falle Kombos. Was soll man als Jurekma-Set lieber machen? Ich meine, ich habe es... Meteor-Krache gab es so ein Goku. Die ganze Auswahl bei Knöpfel-Kombinationen. Weil die Tenkai-Chi können die einfach hier nicht wiederholen. Ich weiß aber nicht, warum. Bam! Nochmal! Ich soll ja einfach das in der ganze Zeit machen. Das bringt doch nix. Das geht doch nie! Dankeschön! Nochmal! Ja, voll! Maximal! Wurde die Song-One irgendwie aufgerissen dann von dem Super-Bug. Das gibt es ja Margin-Boo, Super-Boo, Böser-Boo, Kick-Boo. Gibt es nicht noch einen? Super-Gohan-Boo. Oder war es Wegetto? In dem Fall wurde das in Gohan aufgesaugt. Ein paar, nee, mehrere wurden aufgesaugt. Ja, mach dich noch fetter als du bist. Sitz! Das ist der Spaß! Gut. Wir haben auch Genki auch wieder Feuer. Ah, ich glaube, Genki sind diese P-Punkte. Oder nicht? Genau! Warum kann ich hier einfach nicht einlösen? Warum löse ich hier jetzt einfach nicht ein? Oder am Ende bei Cell-Kampf konnte ich auch nicht einlösen. Was ist das denn? Ah, keiner tot, okay. Ich bin wieder müde. Boah, dieser Move. Jawohl. Gut. Mir gefällt zum Gohan immer mehr und mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Das liegt, glaube ich, darum, weil ich weiß nicht, wen ich mehr mag den Team so haben. Also, Kid Gohan mochte ich schon mal gar nicht. Kid Gohan war ja eher so eine Nebenrolle, glaube ich, damals. Obwohl das schon geile Auftritte hatte. Gegen Riku. Oder halt natürlich dieser Zorn. Ich glaube, jeder braucht einfach einen Rage-Modus, ne? Lass mich noch einfach nicht sterben. Nein! Habt ihr gesehen, wie kurz ich davor war? Habt ihr das gesehen? Meine Güte. Können wir einfach ficken lassen. Boah, wie ich da rumliege. Das gibt's doch nicht. Komm, ich werde zum Adolf. Gut, ich mach dann noch mal, ähm, ja, Neustart. Äh, das Ende zeig ich euch gleich. Ich werde zum Adolf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.